In Neubäu am See ist ein Testlauf mit einem selbstfahrenden Bus erfolgreich beendet worden. Der VW-Bus pendelte über vier Wochen täglich auf 1300 Metern hin und zurück und nahm dabei Fahrgäste mit. Neu an dem Testlauf ist vor allem die Nutzung eines Serienfahrzeugs. Wir haben eine sehr robuste Fahrzeugplattform mit einem VW T61, der hunderttausendfach auf deutschen Straßen unterwegs ist. Und damit einhergehend fahren wir im ländlichen Raum mit Geschwindigkeiten 50 bis 60 kmh, aktuell im Proberegelbetrieb mit 48 kmh in der Spitze. Weil selbstfahrende Autos noch nicht alleine fahren dürfen, war die ganze Zeit ein Fahrer anwesend.